...20 Schweizer Meisterschaft über 200 Meter letztes Jahr. Von gross im Bild jetzt Fabien Macieri, der der sechste Punkt 20, Schweizer Meisterschaft über 200 Meter. Dann Kevin Mayer, fast zu vergleichen mit dem Super-10-Kämpfer aus Frankreich. Dann Bahn 4, Nikolas Meister, LCR Atmos Viglione, Julian Rüvenacht auf Bahn 5, Damian Salzmann auf der Bahn 6, er vom LV-Auto und auf Bahn 7, Damian Wild. Aber es sieht so aus, als ob die Bahn 6 fehlt. Ganz klar, Bahn 1, Bahn 6, Bahn 8 ist frei. Also 5 Athleten am Start. Damian Salzmann vom LV Thun, er ist nicht hier mit dabei. Diese Athleten im Bereich zwischen 11.08, Nikolas Meister, in diesem Jahr schon gelaufen. Ganz knapp an seine persönliche Bestzeit dran. 11.07 aus dem letzten Jahr ist seine persönliche Bestleistung. Julian Rüvenacht vom GAB Bellinzona mit 11.09 dicht dahinter. Er hat diese Zeit in diesem Jahr schon gelaufen. Also auch hier wieder alles sehr nahe beieinander. Es ist dann auch auf der Bahn 2. Fabian Amazieri, 11.12. Und Kevin Meyer vom TV Arlesheim, er hat mit 11.11 aus dem letzten Jahr ebenfalls. Mit den schnellsten mit dabei, auch hier wieder nur 3 Hundertstel oder 4 Hundertstel zwischen der schnellsten und dem langsamsten in diesem Feld. Und nun, Achtung der Stadt. Der Start der dritten Serie. Und alle sind sehr gut rausgekommen. Auf einer Linie stürmen sie hier dem Ziel entgegen. Es ist aber Rüvenacht, der vielleicht... Nein, es ist nicht Rüvenacht, es ist Nikolas Meister. LC Rappus Viljona, der dieses Rennen für sich entscheiden kann. 11.23, die inoffizielle Siegerzeit für Nikolas Meister.